Hallo lieber Fußballfreunde, Thema RCFC Kaiserslautern, 2. Bundesliga 2023-2027 Entschuldigung, Thema RCFC Kaiserslautern, 2. Bundesliga 2023-2024, 27 Spieltag RCFC Kaiserslautern gegen Fortuna Düsseldorf, Ergebnis 1-2-3 Startelf RCFC Kaiserslautern, Himmelmann, Zimmer, Elfedi, Tomiak Buchholz, Karl-Lock, Neuhaus, Redondo, Rachel, Ritter, Hanslik Startelf, Fortuna Düsseldorf Kastenmeier, Zimmermann, Siebert, Oberdorf, Urichino, Autankaya, Enkel, Enkelacht Klaus Appelkamp, Tazulis Moussaba Das war's von RCFC Kaiserslautern gegen Fortuna Düsseldorf 20.59 Uhr 20.59 Uhr 20.оже